Moin Moin ihr Bärtigen Ladies und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Ghost in the Shell First Assault Online zusammen mit dem Maulheld, dem Killer Heinz und dem Baron. Diesmal mal wieder, lang nicht gespielt, trotzdem Terminal Conquest. Ja, soll es auch mal geben, dass wir das mal wieder spielen. Letzte Folge haben wir es ja auch gespielt. Da ging es ja relativ schnell, ne? Das war ja eine ziemlich schnelle Nummer. Ich habe dich hier mal vom Leib gehalten. Alter! Steht die da hinter mir, ey? Bitch. Ja, jetzt müssen wir mit Reiko noch definitiv einarbeiten, was man da für Taktiken fahren kann. Da muss ich ein bisschen rumexperimentieren. Team? Team? Bitte? Team? Ach, shit. Wir müssen mal aufs Terminal kommen. Ja, ich war gerade auf dem Weg dahin, aber bin unten in dem Durchgang erschossen worden. War nicht so vorteilhaft. True. C3 zu 1, ey. 4 zu 2. Na. Fick. Ich bin gestorben. Jetzt sind wir wieder hier erzwingt gedrängt worden. Aber das sollten wir gleich haben. Du bist da? Sehr gut. Und schon wieder weg? Ja. Ich hab den einen erledigt. Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Ich weiß es nicht. Unten steht einer drin und er hat mich eiskalt erschossen. Oh nein. So schlimm ist es mir auch wieder nicht. Ich komme hier direkt von der A raus. Habe ich rumgeschrien, dass meine Stimme komplett weg ist. Der Maulheld hat mich erledigt. Der ist hier in diesem... Sehr gut. Shit. Ja. Was? Was? Komm, ey. Ihr müsst doch hier mal... Sehr gut. Begib dich zum nächsten Terminal. Wir haben gerade ein Dive-Duell geliefert. Ich dive, komme an ihn ran. Er merkt, dass ich an ihn gedived komme. Dann dived er weg. Und dann erschießt er mich. Traurige Geschichten. Boah. Dieser eine nutzt auch genau deine Taktik. Spielt Reiko oder Motocone hat eine Shotgun dabei. Und das ist echt zum Kotzen, weil ich glaube ich habe einen Kill. Ne, zwei. Wow. Bin schon viermal gestorben. Ne, ist vier Assists. Nice. So. Jetzt aber. Ja. Dafür muss man halt auch ab und zu mal auf die Pistole zurückgreifen, wenn es die ganze Zeit nur mit der Schrot unterwegs ist. Oh yes. Na gut, das kenne ich aber von meinen Sturmgebeeren auch. Der kommt eine von links. Ja, der hat den Maul hält. Er mitgenommen. Jetzt aber. Jetzt aber. Wieder drauf gegangen. Aber dafür Stufe 2 vom NetJump. Ich habe hier auch noch was für euch. Wer hat noch nicht will, nochmal. Oh. Das hat nicht viel gebracht. Aber die gute Reiko hat verdammt wenig Gehen. Das kann nicht sein. Ja. Ah, der ist ja schon tot. Ah. Oh, verpiss. Oh, Mann ey. Was für ein Feuer hier. Zwei Türme stehen da drauf ey. So ein Stück. Und diese Tankklasse, oder diese, wie sagt man, die erste Klasse, die sind halt so langsam. Sturm ist was anderes, Freunde. Sturmangriff. 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 Das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Ja. Sturmangriff, Infiltrator und Spezialist. Wenn mich nicht alles täuscht. Spezialist bin ich auch. Natürlich bist du das. Immer. Ach, fuck. Ich krieg heut nix hin. Da läuft's nett. Kein Zielwasser getrunken. Ich hab vorhin, äh, ne Röntgen Battlefield gespielt. Ach. Und da hab ich leider auch nichts, äh, gerissen. Ja, aber unsere erste Runde heute war doch eigentlich nicht schlecht. Ja. Da hab ich zwar auch scheiße getroffen, aber, äh, so, bitteschön. Ich hab hier mal ne Arme für euch. Das ist sehr gut. Hockt unten einer drin für euch? Ne. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen was zu reißen. Muss ich mal die Klasse wechseln und bring jetzt auf. Äh, meine Suche drohen zurückgegriffen. Das ist. Wie hieß er noch mal? Hishihara. So wird's, so wird er bestimmt geheißen. Nein. Das hat mich die mitgenommen. Diese Sucher-Drohnen, ne? Ich hab immer noch nicht das perfekte Mittel. Mir würde ja einen Tipp gegeben. Äh, wie es laufen soll. Aber, dass man wartet, bis sie vor einem stehen bleiben. Aber ich baller natürlich aus Angst immer so schnell da drauf. Und dann krieg ich auf den Sack. Und dann bin ich tot. Wobei die neuen Drohnen aber auch schon echt ekelhaft sind teilweise. Mhm. Ich bin mal ein bisschen am erobern. Ja, ja, ich auch. Bin auch da. Ja. Gibt mir geschickt. Ding, ding. Na. Das ist egal. Alter. Mit den Kills schaut's heute echt nicht gut aus, ne? Ja, Kills sind nicht alles. Ja, schon. Hat man ja letzte Runde gesehen. Ich würde trotzdem mal gerne einen machen. So. Das wird jetzt mal die Zeit hier. Wir sind noch am Terminal. Ja, du bist am Terminal. Sehr gut. Ich bin hart auf dem Weg dahin. Das dauert halt nicht schnell ewig. Neben dem Geschütz. Bin drauf. Jetzt hat er mich gemessen. Der Drecksack, ey. Dafür habe ich das Geschütz zerstört. Immerhin. Aber dafür sind jetzt auch zwei Gegner wieder oben drauf. Und Multiplikator ist auch schon. Und ich stehe auf 94% mit meinem Tachikoma. Ist das denn die Möglichkeit? Ich auf 72. Ich hätte da noch einen Skills Sink. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Zeitpunkt ist. Den hier rauszupacken. Glaube nicht. Wir hatten das Ding halt fast geschafft. Na ja. Dafür schaffen wir wieder den A-Point. Oh. Okay. Oder C. Ich habe hier nochmal. Einen kleinen Skills Sink. Sehr gut. Der kommt wie gerufen. Sure. Ich war mit meiner Gesundheit nicht mehr allzu gut dabei. Ich war mit meiner Gesundheit nicht mehr allzu gut dabei. Do Call Kill. Ich nehme mal hin irgendeinen Kill. Doppel Kill. Und Tachikoma ist auch im Einsatz. Na. Hat sich auch erwischt, ne? 2-0 aber. Schnell, wenn wir schnell sind. Ich nehme jetzt mal Motoko. Und slide immer ein bisschen. Ist ja scheißegal. Ich muss bloß schnell ans Terminal kommen. Ja. Weil je mehr Leute da drauf stehen, desto cooler ist das. Das stimmt allerdings. Wieso kann die denn da nicht hochklettern, ey? So. Doppel Kill. Hier unten ist aufgeräumt. Shit. Ah. Mit dem Net Jump. Äh. Teilweise schon. Wir müssen aufs Objective. Freunde. Ja. Ich war gerade auf dem Weg oben. Und bin dann von der Seite erschossen worden. Weil ich mich versucht habe am Gegner vorbeizudrücken. Und dann dem nächsten voll in die Arme gerannt bin. Ja. So. Schnell, schnell, schnell. Jetzt aber, ey. Jetzt sind sie zu dritt. Ich bin auch gleich da. Ja. Baron Net Jump. Sehr gut. Vorbei an dem Suche. Genau. Objective. Eine habe ich. Ah. Fuck. Da ist eine links. Der ist da unten rein. Jetzt. Unten ist eine rein. Wir haben das Objective noch nicht. Ah. Okay. 3 zu 2. Wenn es so weiter geht. Hat die Sau mich einfach mit der Rakete abgeknallt. Gibt es das dann? Aber wenn das jetzt so weiter geht, wie gewinnen wir es langfristig? Ja. Ich habe hier was für euch, Freunde. Hinter dir. Okay. Der war ohne Arrobat. Zweifach. Dreifach. Und vorne kommen sie. Ab. Yes. So läuft. Läuft. Dann muss das gehen. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt war Kill und sonst technisch vielleicht jetzt nicht das beste, aber... nicht das gelbe vom ARN, ne. Und auch, dass wir auch auf den letzten Plätzen sind. Aber dafür haben wir viel gewissen, Freunde. Richtig. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Dienstag. Da ist Gamescom. Das heißt, es wird nächste Woche sporadisch Folgen geben. Ich hoffe, dass es am Dienstag die geben wird. Das kommt immer darauf an, wie schnell ich die schneiden kann und hochladen kann. Aber falls nicht, geht es nach der Gamescom weiter. Und dann gibt es auch einen coolen Gamescom-Vlog, wollte ich mal dazu sagen. Genau. Also... Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.